Ja, morgen Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem kleinen Video für Zwischendurch. Ich bekomme gerne mal Spiele zugeschickt per E-Mail und ich schaue immer auch nach, wie diese sind, ob es sich lohnt, sie euch zu zeigen und heute habe ich endlich mal einen Titel gefunden, den ich euch zeigen möchte. Der ist recht lustig. Er wurde entwickelt von Strange Studios und gepublished von GrabTheGames, das heißt ein Indie-Titel, den es für 4 Euro auf Steam gibt, ist noch im Early Access, das heißt, das müsst ihr selber sehen, ob ihr euch das im Early Access überhaupt kaufen möchtet. Bei Mini-Thief geht es darum, dass wir quasi jemanden beklauen, mit diesem Geld können wir uns dann bessere Sachen kaufen, den finden wir hier im Shop, zum Beispiel hier Night Vision oder Sneakers, womit wir quasi leiser sind, eine Zange, wofür auch immer, eine Cardboard-Box, können wir uns vor Kameras schützen, okay, Firecrackers, Pro to create a distraction, okay, um wahrscheinlich den Besitzer abzulenken, Deluxe Chew Toy, okay, damit können wir Hunde quasi ablenken, dann haben wir hier Disable Lockpick, oh, können wir schneller knacken, Lockpick Kit, doch schneller, so, das sind die Sachen, die es bisher im Shop gibt anscheinend, und mit diesen Sachen werde ich euch mal kurz zeigen, ah, hier kann ich die Items, ach, wenn wir die Items gekauft haben, und wir sie dabei haben und wir erwischt werden, sind sie weg, okay, okay, wir können uns quasi eine Passive holen, wir werden jetzt gemeinsam kurz das Tutorial machen, da zeige ich euch ein bisschen was, wie ihr seht, habe ich schon einmal kurz gespielt, ich muss da testen, ob es wirklich gut ist, eine Scheiße würde ich euch niemals vorsetzen, so, hier ist ein kleiner Testraum, wir haben hier einen Hund, der Hund, wenn er uns sieht, der wird uns auch wirklich angreifen, der wird nicht so auf dem Starrraum stehen, wir können Sachen klauen, und wir haben jetzt momentan einen Schlüssel bekommen, und 10 Dollar, hier haben wir eine Kamera, wenn ihr uns sieht, kommt ein Alarm, wenn ein Alarm rauskommt, oder wir zu viel Krach machen, dann kommt der Besitzer zurück, und dann haben wir ein Problem, das werdet ihr noch sehen, wie das Ganze abläuft, hier haben wir einen Laserstrahl, wenn wir hier durchlaufen, kommt auch ein Alarm, und hier haben wir einen Safe, den machen wir auf, und da ist ein Handy drin, wir haben also jetzt schon mal 160 Dollar, mit diesen können wir quasi jetzt ausbrechen, aus der Hütte, und dass wir im Shop landen, ist eigentlich nur Zufall, also nicht Zufall, sondern Tutorial, und wir gucken mal, wir haben natürlich kein Geld, wir haben kein Geld, gar nichts von dem behalten, was wir eigentlich hätten kriegen sollen, egal, wir starten somit das erste Level, und jetzt beginnt auch schon der Spaß, so, wir haben Langeweile, sitzen auf der Couch, und es wäre cool, Geld zu haben, yeah, also beklauen wir einfach die Typen, so, hier haben wir eine kaputte Diele, wenn wir da drauf treten, dann machen wir Krach, was war das denn, komische Symbole, okay, das war schon mal eine Vase, das ist nicht so gut, hier haben wir einen Stromkasten, ich weiß nicht, was wir damit machen können, wir können uns auch hinter Pflanzen verstecken, versuche mich jetzt aber ein bisschen zu beeilen, bevor der Owner wiederkommt, dass wir noch ein bisschen was klauen können, oh, schon einen Schlüssel bekommen, okay, ich kann mich erinnern, dass hier irgendwo was war, was man kaputt gehen kann, okay, das war das, ganz wichtig ist es eigentlich noch, den Ausgang im Auge zu behalten, ich weiß jetzt nicht gerade, wo der ist, aber wir haben einen Schlüssel, und da ist ein Tresor, den kenne ich schon, deswegen gehen wir da mal kurz hin, ein Handy, die Frage ist, wann kommt der Owner zurück, und wo ist dieser Scheißtür, muss noch fliehen, ich habe so viel Stuff, okay, im Schrank können wir uns auch verstecken, theoretisch, ach, da ist die Tür, jetzt können wir fliehen quasi, aber da habe ich noch keinen Owner sehen, also kein Besitzer, können wir hier noch ein bisschen rumwuseln, okay, er kommt zurück, ich bin frei, okay, das ist laut, ist das laut, oh meine Ohren, ouch, okay, wir haben 310 Dollars, damit gehen wir mal in den Shop, und gucken mal, was wir so schönes kaufen können, ähm, Night Vision kann ich mir leider nicht kaufen, das hätte ich echt gerne gehabt, leiser schleichen, ähm, ich glaube als allererstes wäre es wichtig, einen Hund ablenken zu können, oder, okay, destruct people, damit können wir Leute quasi verarschen, indem wir eine Puppe hinstellen, ich glaube das wäre hier der Ladenbesitzer, doll, äh, unlock faster, ich glaube das ist nicht schlecht, das kann ich mir nicht mehr leisten, ne, nehmen wir uns noch so ein Lockpick mit, wieso kann ich hier hin und her switchen, ich weiß es nicht, ist wahrscheinlich um die Items auszuwählen, ja, nein, okay, ich weiß wie man jetzt Items loslässt, kann ich sie auch wieder haben, das heißt, es ist ein Einmalgebrauch, oi, okay, gucken wir erstmal weiter, gehen wir ins zweite Level vom Small House, das ist das, was ich noch gar nicht kenne, und wieder genau das gleiche, er braucht Geld, und diesem E-Mail ist langweilig, scheiße, ne Lamanlage, the fuck, und ich kann nirgendwo ausbrechen, oh du kleiner Pisser, scheiße, oh gut, ich bin am Arsch, ich bin am Arsch, ich bin am Arsch, nein, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, wie hat er mich nicht gesehen, wie hat er mich nicht gesehen, oh, okay, so, was normal, aber ich meine, es darf immer noch, ich meine, ich bin ja quasi ausgebrochen, wer habe ich noch, okay, der hat eine fette Alarmanlage, hä, sie ist weg, ich bin ein Depp, ich bin einfach ein Depp, so, wie ist es ein bisschen Kohle mitgenommen, so, aufgepasst, kein Scheiß machen, da hinten ist nichts, oh ja, gib mir Stuff, gib mir Stuff, gib mir Stuff, ich vermute mal, der Ausgang wird immer unten rechts sein, ich habe auch bereits einen Schlüssel, das ist gut, wir müssen nur auf die Alarmanlage aufpassen, muss hier irgendwo sein, ich will mich nicht verstecken, ich will mich nicht verstecken, ich will Sachen klauen, gibt es hier noch irgendwas, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, wir haben noch ein bisschen Zeit, wir sind nur ein bisschen weit weg von der Tür, versuche mir das Lockpick mal aufzusparen, und für den Fall der Fälle, dass wir sehr schnell ausbrechen müssen, das ist eine gute Idee, wofür wir die Zange brauchen, weiß nicht, kann ich sie hier verwenden, ah, ich kann den Strom abschalten, somit wirst du es duster, und die Zange kann ich weiterhin verwenden, okay, das ist gut, mal gucken, den Lockpick auch, das ist verflucht laut, das versuche ich gleich mal ein bisschen leiser zu stellen, okay, gehen wir zum Shop, den werden wir jetzt brauchen, aber das zählt dazu, wir können uns die Sneakers kaufen, ich glaube wir sind gar nicht mehr, ah scheiße, ich baue das Fleisch, ich baue das Fleisch, oh mein Lockpick ist weg, okay, wir sollten uns wirklich auch sparen, für den Fall der Fälle, dass mal was passiert, okay, nächstes Level, oh, gibt es schon nicht mehr, es gibt nur zwei, nee, oder habe ich es nicht geschafft, habe ich das Level nicht geschafft, oder habe ich wieder eins gemacht, ich glaube ich habe das, ich habe nochmal das erste gemacht, okay, okay, besser, wir warten hier, wir warten hier, ich wurde nicht gebastert, okay, es ist jetzt leiser geworden, das ist gut, okay, ach, das ist jetzt wahrscheinlich das erste Level wieder, ne, ist ja gut dann, nee, hier ist die Alarmlage gut, alles gut, das heißt, wir knipsen zuerst mal den Scheißhaus hier, wie ist das möglich, ich habe den Strom abgeschaltet, wie soll ich denn da rankommen, ups, wie zur Hölle soll ich denn da rankommen, ach toll, ich habe das Licht ausgemacht, großartig, großartig, okay, wir müssen das irgendwie anders hinkriegen, wir müssen irgendwie, wir müssen doch irgendwie das ganze, gibt es, gibt es im Shop irgendwas, Kameras, leichter sneaken, okay, das werfen wir, doch, ich kann das verwenden, ach, du bist da ohne, es gibt hier nichts für Laser, es gibt hier nichts für Laser, verflucht, hey, das ist natürlich, okay, okay, es gibt nichts für Laser, ich muss aufpassen, dass ich nicht in den Laser trete, okay, ich bin schon wieder, ich bin so blöd, ich bin so blöd, okay, das zweite Level, okay, uns ist wieder langweilig, wie kann ich denn den Laser umgehen, sorry, der muss da raus, genauso wie der, na gut, gucken wir uns erstmal um unseren Loot, dann versuchen wir einfach mal, den Ort da hinten zu ignorieren, Sennen, da ist ein Schlüssel drin, und das hier ist, verflucht, das ist wie ein Schrank, aber wir sind das irgendwie Teller, und ich kann langsam gehen, und ich sollte aufhören zu niesen, ach, ich habe einen Schlüssel dabei, geil, perfekt, easy going, das wollte ich nicht, da ist ja nichts drin, okay, ich würde sagen, damit haben wir das Level auf jeden Fall easy geschafft, okay, noch eine, ah, knips, knips, ah, knips, knips, also, so geht das, dann gehen wir da unten links auch gleich nochmal hingehen, es sei denn, gleich kommt der, das wäre ein bisschen blöd, ja, der kommt, ich bin weg, war mir eine Freude, ich mache noch ein bisschen Krach, und ich bin draußen, easy, 30 hätte ich noch gebraucht, 30, was kann ich mir dafür jetzt im Shop kaufen, ich will die Schuhe kaufen, weil bin ich ein bisschen leiser unterwegs, ähm, oder doch die Box, ich weiß nicht, ob wir gleich Kameras haben, wir nehmen mal die Schuhe mit, okay, da, Level 3, schauen wir uns mal Level 3 an, was haben wir denn hier, natürlich, direkt mal eine Kamera, ist klar, und ein Hund, oh Gott, nein, der hält mich fest, ich muss fliehen, Alter, verzieh dich Hund, okay, ganz ehrlich, der Hund, verlangsamt uns nur ein bisschen, das ist also nicht so wild, close call, als Erfolg bekommen, ich habe noch ein bisschen Geld, so, wir haben uns jetzt mal eine Box gekauft, damit uns die Kamera nicht sieht, und gehen damit ins dritte Haus, ja, uns ist wieder langweilig, und, ah, die Kamera ist jetzt da hinten, scheiß Ding, du, hier, ich hoffe, das hält ihn für ein bisschen länger auf, das knipsen wir jetzt schon mal aus, ist das eine fucking Mine, ja, ist es nicht, shit, oh, scheiße, er kommt schon zurück, fuck, 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 das hat sich gar nicht gelohnt, 95, oh, okay, wir müssen das Spielzeug nochmal neu kochen, haben wir eigentlich das Level damit geschafft, nein, wir müssen mehr klauen, Alter, ist das anstrengend, das Spiel ist echt anstrengend, okay, okay, das dritte Haus, komm, gib ihm, hier, spiel damit, kein Problem, ich versuche mal so schnell wie möglich alles zu klauen, das knipsen wir mal aus, die Falle ist nicht da, die Falle ist nicht mehr da, shit, das ist auch nur so eine Alarmanlage, wie soll ich das denn hinkriegen, ohne die, ohne die, die Kamera auszulösen, okay, ich habe schon Schlüssel, das ist unser Ziel, nachdem wir das, gekriegt haben, ich bin nur an den Safe, ich brauche nur den Safe, ja, ja, Level geschafft, ne, doch, Level geschafft, alles gut, schnell noch alles mitnehmen, was geht, theoretisch, wenn wir das Licht ausmachen, dürfte uns doch eigentlich die Kamera auch nicht sehen, also ich sehe noch alles, ihr wahrscheinlich nicht, okay, davon halten wir uns fern, oh Gott, er kommt zurück, er kommt zurück, ich kriege, ich treffe die, ich treffe die Tür nicht, nein, 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 bitte nicht, nein, ich habe die Tür nicht getroffen, nein, ich habe all mein Geld verloren, ich habe all mein Stuff verloren, habe ich recht? Ja, ich habe alles verloren, ich habe einfach alles verloren, komm, hol mich einfach, hol mich einfach, oh, ich muss theoretisch jetzt, äh, ein Level runtergehen, um da ein bisschen Geld zu kriegen, ja, Dreckshund, hallo, okay, ich muss wieder Geld sammeln, ich muss wieder zurück ins erste Level, das ist ja fies, dass man einfach alles verliert, okay, ja, ich verkack's auch sofort, ne, ich, ich weiß, dass da eine Basis ist, aber ich verkack's einfach, was ist denn los mit mir, aber jetzt habe ich schon mal einen Schlüssel, okay, langsam bin ich auch im Spiel drin, ihr merkt das schon, ne, also man braucht so, so ein paar Minütchen, um im Spiel drin zu sein, um wirklich alles abgrasen zu können, gut, wir brauchen für das Level dringend die Pappschachtel und für den Köter, äh, das Spielzeug, mehr brauchen wir nicht, und das Geld haben wir dafür jetzt, alles gut, ich habe es natürlich wieder verkackt, jedes Mal gehe ich in dieses Badezimmer, wo einfach nichts drin ist, warum, oh Gott, er kommt schon zurück, kann ich irgendwie schnell laufen oder so, nö, ha, kommen wir ab, ok, ab zum Shop, wir brauchen das Spielzeug, wir brauchen das, und wir brauchen die Zange, ne, perfekt, wir haben alles, was wir brauchen, ok, zurück ins dritte Level, fuck, der ist gut, hier, scheiße, direkt mal gefailt, ey, oh Gott, das mitnehmen, ich habe noch nicht, ich habe den Schlüssel noch nicht, shit, wo ist denn der, ich habe den Schlüssel, perfekt, jetzt schnell, 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 bevor der Typ kommt, nein, 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 auf dich falle ich nicht nochmal rein, ein Ring, 300 Dollar, alter, was denn los, nein, da ist nichts, oh Gott, hier hinten ist ein bisschen gefährlich, weil wir brauchen verdammt lange, bis wir zurück sind, lauf, 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 er kommt, er kommt, oh Gott, scheiße, scheiße, ich habe es geschafft, undetected, Padawan, ziv, alter Schwede, gibt es denn noch mehr Level, es gibt Medium House, Freunde, es gibt das Medium, Medium House, wenn ihr wollt, dass ich das Medium House noch machen möchte, machen soll, dann schreibt es mir in die Kommentare, und wir machen das Medium House noch, und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr euch das Spiel holen möchtet, dann kauft es euch für 3,90 Euro, gibt es auch im Bundle mit verschiedenen Spielen, sehe ich gerade, für 10,38 Euro, schaut einfach mal vorbei, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, euer Zero, tschüss. Deine. Deine. Vielen Dank.